Hallo und und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute mal wieder mit einem Gespräch und das Thema heute soll sein Einkochen. Und da habe ich rein zufällig neulich schon ein Gespräch geführt mit dem Dennis und den habe ich jetzt hier in der Leitung. Hallo Dennis. Hallo Kai. Und das Gespräch natürlich zu den Tonscherben beziehungsweise der Küchenscherbe, die wir da aufgenommen haben, das setzt sich natürlich in den Artikel zu dieser Sendung. Und wir werden mal versuchen, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, über welche Themen wir alles gesprochen haben im Rahmen jetzt, da ging es auch um Einkochen. Aber wir versuchen jetzt mal noch ein paar neue Ideen zu finden, damit die Leute dann auch noch gespannt zu dir kommen können und sich die Folge dann da anhören können. Ja, das hört sich doch nach einem guten Plan an. Genau. Also Thema Einkochen ist ja eine schon recht alte und bewährte Möglichkeit der Konservierung von Lebensmitteln und stammt so ein bisschen aus der Zeit, wo die Leute auch noch ihren eigenen Garten hatten und dann zum Beispiel einen Obstbaum. Und da ist es ja nun so, dass dann einmal im Jahr oder zu einer bestimmten Jahreszeit ein unheimlicher Überfluss herrscht und ja, da waren Gefriertruhen und sowas noch nicht so verbreitet. Und da hat man eben eingekocht. Obst ist so der Klassiker, das kennen alle, dann irgendwie Kirschen oder das kriegt man ja heute auch noch im Glas. Aber du hast jetzt was ganz Spannendes gemacht, nämlich, und das wusste ich bis dahin auch noch gar nicht, dass das geht, zum Beispiel Soßen oder sowas wie eine Spaghetti-Soße, ne? Ja, genau. Der absolute Klassiker, finde ich, sind aber dann doch die sauren Gurken, ne? Stimmt. Gemüse ist auch noch ein Feld und im Bereich der Klassiker ist das natürlich die saure Gurke und heute, heutzutage noch als Spreewald-Gurke sehr populär, ne? Senf-Gurke, Dill-Gurke und wie sie alle heißen, ne? Genau. Stimmt. Und die sind ja heute auch noch Bestandteil der Küche. Wenn man jetzt einen Kartoffelsalat macht, dann kommt man ja quasi gar nicht ohne aus. Zumindest, wenn man den jetzt nach der norddeutschen Variante herstellt. Die Süddeutschen nehmen ja dann oft lieber eine frische Gurke. Ne, ich kenne das aber auch so. Nicht mit der frischen. Also ich kenne das auch so. Und dann immer noch so ein bisschen Gurkenwasser noch mit in die Soße, ne? Genau. So macht man das. Das ist schon richtig so. Die sollen mal weggehen damit in den frischen Gurken. Genau. Ne, aber ja, das Gemüse und Obst hast du aber auch noch nicht eingekocht, oder? Hast du da schon mal... Ne, also die klassischen Sachen habe ich gar nicht gemacht. Wie du sagtest, ich habe da mit Soßen und so weiter angefangen. Und die Idee oder ist eigentlich daraus entstanden, dass ich halt immer viel gearbeitet habe, wenig Zeit hatte. Und wir zu Hause halt viel mit irgendwelchen Tütchen und Fertigbrühen gekocht haben. Was ich jetzt überhaupt nicht verteufeln will, also das machen wir hin und wieder immer noch. Aber, also wenn es mal schnell gehen muss, und es ist gerade nichts da, aber irgendwann war mir das einfach alles zu flach und zu bäh. Ne, also irgendwann wollte ich dann, da ging es dann auch ums Abnehmen, irgendwie anders. Ich wollte kochen lernen und so und das wurde mir dann aber dann irgendwann auch zu stressig. Im Alltag vor allen Dingen, also am Wochenende ist das natürlich was anderes. So mir dann mal eben irgendwie was Schönes zu kochen, weil wir das auch dann ganz oft nicht hinkriegen, nach dem Plan zu kochen, den wir uns am Anfang der Woche mal festgelegt haben. Weil im Leben kommt halt immer alles anders. Und dann habe ich einfach nach einer Möglichkeit gesucht, gerade weil ich auch so gerne Suppen und sowas esse, also halt im Alltag, nach einer Möglichkeit gesucht, irgendwie sowas wie Brühepulver selber machen. Da hast du glaube ich auch schon mal eine Sendung drüber gemacht, die hat mir dazu auch ganz gut gefallen. Ich habe da allerdings dann nur gelesen, diese ganze Trocknerei und sowas, das war dann irgendwie nichts. Und irgendwann bin ich dann halt auf die Idee gekommen, das Ganze vorzukochen und dann einzukochen. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen gegoogelt und bei YouTube geguckt und habe dann nicht viel gefunden. Also so für das, was ich wollte, habe dann nicht viel gefunden. Schon so ein, zwei Leute und dann bei chefkoch.de bin ich dann fündig geworden. Da habe ich dann davon gehört, dass Leute irgendwie so Nudelsoßen oder sowas einkochen. Dass es andere Leute gibt, die sowas machen. Das Problem ist aber, wenn man jetzt sich Bücher oder sowas irgendwie dazu besorgen will oder so, dann ist das auch kein Problem. Es gibt Einkochbücher wie Sand am Meer. Aber da werden halt auch immer nur diese klassischen Sachen und die sind dann halt jetzt noch um Sachen erweitert, die du gerade zwar nicht erwähnt hast, aber was weiß ich, wie Kochwurst, Kochmettwurst und so ein Kram oder Fleisch einkochen oder so. Also das heißt so, du hast ein Lebensmittel, von dem du zu viel hast, weil es gerade saisonhart günstig ist oder so. Und dann kochst du das ein. Eventuell ist dann auch bei manchen Büchern nochmal irgendwie so ein Ketchup drin oder so. Also es ist schon nicht so, dass es dann sowas gar nicht gibt. Was ich dann aber eigentlich wollte, war so fertige Nudelsoße. Man kocht sich nur die Nudelnsoße drauf oder eine Gemüsesuppe, die man sich dann einfach nur heiß machen muss. Weil angefangen habe ich das Ganze mit einem Gefrierschrank, aber damals hatten wir auch nur einen kleinen Gefrierschrank. Und ja, der ist halt dann ganz schnell voll. Also gerade wenn man dann auch im Alltag mit gefrorenem Gemüse arbeitet, was ich auch oft mache. Oder eine Pizza oder sowas. Naja, so und dann hat man dann irgendwie so ein paar Tupperdosen oder so ein Kram halt irgendwie im Eisfach. Und ja, dann ist irgendwann Ende. Da spielt man irgendwie Tetris immer mit den Dosen hin. Ja und dann hast du dann natürlich das große Problem, du nimmst die Sachen nur noch oben raus und weißt gar nicht mehr, was du unten verstaut hast. Genau, und ganz ganz hinten so eine ganz kleine Dose mit Dill noch. Oder so, die du dann irgendwann dann doch mal wegschmeißt, weil du denkst, die kann nur noch nach gefrorenem Schmecken. Genau. So und dann habe ich halt angefangen damit zu experimentieren. Und da mir halt diese Brühepulver auf den Keks gegangen sind, habe ich halt erstmal geguckt, wie kocht man, also ihr könnt ja da auch noch gar nicht richtig kochen. Also wie kocht man eine Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe oder sowas, habe das dann gemacht und habe mich dann so durch die Einkochtechniken durchprobiert. Also mit dem heiß einfüllen angefangen, wo man dann einfach ein Schraubglas heiß auswäscht, mit der heißen Flüssigkeit befüllt und dann auf den Kopf stellt, sodass der Deckel dann halt auch mit der heißen Flüssigkeit in Berührung kommt. So kenne ich es auch, so habe ich es meist auch gemacht, wenn ich mal was aufbewahren wollte oder so. So ist dann schon ein großer Teil ja von den Keimen schon abgetötet so und das hält sich dann auf jeden Fall schon mal deutlich länger, als wenn man es einfach nur so in den Kühlschrank stellt. Genau und wenn die Luft dann abkühlt, dann entsteht auch so ein Unterdruck, der das Glas richtig fest zuzieht. So halten sich die meisten Sachen zumindest ein, zwei Wochen, wenn nicht sogar drei. Ja, ja, so, aber das ist dann in der Regel auch schon das Höchste der Gefühle. Irgendwann ist man sich dann ja auch ein bisschen unsicher und dann habe ich halt geguckt, ja Einkochautomat und so hatte ich nicht und bin dann halt auf die Möglichkeit gestoßen, dass man das Ganze auch einfach im Backofen machen kann. Da stellt man die Gläser einfach in die Fettpfanne vom Backofen und befüllt die dann so mit einem Fingerbreit Wasser, was einfach dann den Effekt haben soll, dass die Glasböden dann nicht zu heiß werden, damit nicht das Glas platzen kann. Und ich mache das dann meistens so, dass ich die dann auch heiß einfülle und dann heißes Wasser in die Fettpfanne gieße, damit ich die Gläser nicht noch abschrecke, wenn ich sie da rein stelle. Und dann habe ich die so bei, ja, bei so 120, 150 Grad, irgendwas dazwischen, habe ich die im Ofen so eine gewisse Zeit. Ich habe mir so einen Thermometer besorgt, aber ich sage mal so, wenn man so eine halbe Stunde macht, dann ist das schon nicht schlecht. Und dann lässt man die Gläser drin stehen und dann haben sie ja auch noch... Man kann auch warten, man kann auch warten, bis der Inhalt aufkocht, dann darf man die Gläser aber maximal bis zwei Fingerbreit, also so zwei Zentimeter bis, ja, vielleicht sogar eher drei Zentimeter unter den Deckel füllen, weil das dann nochmal richtig aufwallt. Und sobald Flüssigkeit mit durch den Spalt, sag ich mal, zwischen Glas und Deckel durchgeht, sind die dann nicht mehr lange dicht, dann funktioniert es auch wieder nicht. Aha. Aber man kann es halt auch in den Gläsern aufkochen, das ist dann also auf jeden Fall dann nochmal, nochmal einen draufgesetzt. Du sprichst jetzt von Gläsern, da gibt es ja auch Sonne und solche, du hast glaube ich oder wahrscheinlich auch, wie ich am Anfang mit so Schraubgläsern normal, also im Prinzip sowas wie ausgespültes Gurkenglas oder Marmeladenglas, das muss dann nur richtig sauber sein, ne? Und dann kann man da auch schon Sachen drin einkochen. Ja, das mache ich auch immer noch, also ich recycle, wenn ich jetzt so eine Brühe oder so nicht selber irgendwie gerade machen kann, gemacht habe oder so, dann kaufe ich gerne auch diese konzentrierte Brühe mit so Fleisch drin, das sind so hohe, schlanke 340 Milliliter Gläser. Und die bewahre ich dann auch immer auf, die recycle ich dann auch inklusive der Deckel, wenn da halt auch wieder Brühe reinkommt, ist das kein Problem. Das einzige, was man nicht machen darf, ist ein saure Gurkenglas nehmen und da zum Beispiel Apfelmus drin einkochen, das habe ich gemacht, weil dann schmeckt auf jeden Fall die erste Schicht des Apfelmuses sauer. Das ist dann schon komisch. Also wir haben das Apfelmus deshalb nicht weggeschmissen damals, aber es ist halt dann nicht so angenehm. Aber man kann die Deckel auch für kleines Geld nachkaufen, wenn man jetzt keine Lust hat, die mit Soda oder sowas zu wässern, was auch noch wieder hilft. Die sind auch relativ schnell, also ich zumindest so von diesen Einweggläsern, die man ja normalerweise dann gleich wegschmeißt, sind die relativ schnell gerostet oder so. Und dann sollte man sie auf jeden Fall auswechseln. Also wenn diese Dichtungen nicht mehr heil sind oder dann Kratzer drin sind, wo schon sich der Rost bildet, dann auf jeden Fall weg damit, dann tut man sich auch nichts Gutes damit. Nö, aber wenn man die gut behandelt, dann kann man die auf jeden Fall so zwei, dreimal benutzen. Man muss dann einfach gucken, wenn das dann abkühlt, sagtest du ja gerade, dann bildet sich ein Unterdruck da drin. Bei vielen Deckeln ist in der Mitte dann auch so ein etwas erhöhter Punkt, so ein eingeprägter Punkt. Der knackt dann richtig in dem Moment, wenn der Unterdruck sich gebildet hat. Und solange der dann halt auch noch unten ist, ist auch alles dicht. Wenn alles abgekühlt ist und man kann diesen dann wie so ein Knackfrosch noch eindrücken, dann sollte man das Ganze nochmal mit einem neuen Deckel versuchen. Genau. Beziehungsweise beim Öffnen sollte es dann auch knacken. Wenn es das nicht tut, sollte man auf jeden Fall mal die Nase reinhalten, ob das, was man da eingeprägt hat. Wenn es das nicht tut, halte ich sogar noch nicht mal mehr die Nase da rein. Also das muss knacken. Aber meistens macht diese Kontrolle dann auch schon sehr deutlich, dass da was schief gelaufen ist. Ja eben. Und weil du sagtest, am Anfang, also für diese Brühgeschichten mache ich das immer noch. Nur, dass ich die, je nachdem wie viel ich habe, dann diese Gläser dann, diese Schraubgläser dann entweder auch mit in den Einkochautomaten stelle, den ich mir mittlerweile, was einfach nur, ja sag ich mal, eine Art Kochtopf ist mit Temperaturregler, ein großer, elektrisch betriebener. So und entweder stelle ich die da auch mit ins Wasser oder ich mache es halt dann immer, je nach Menge, mache ich es dann halt auch mal in den Ofen. So für Nudelsoßen und dergleichen, da habe ich mir dann schon so diese Gläser mit Gummiring besorgt mittlerweile, weil die dann auch eine größere Öffnung haben und ich die dafür einfach angenehmer finde. Aber gemacht habe ich das, bevor ich diese Gläser hatte, auch mit den Schraubgläsern. Es funktioniert auf jeden Fall einwandfrei, vor allen Dingen für alle, die es einfach nur mal ausprobieren wollen. Genau, so für den Einstieg ist das ein guter Weg, denn diese Einmachgläser sind ja auch nicht so ganz billig, obwohl es geht eigentlich so, weiß gar nicht, so einen Euro zahlt man für so eine durchschnittliche Größe mit Deckel und Dichtung und so ein paar Klammern. Aber man kann da auch richtig viel Geld ausgeben, je nachdem. Ja und man hat dann halt da sowas stehen irgendwie, was man wirklich gekauft hat. Das tut man auch nicht so schnell ins Altglas, wenn man jetzt so als Ausprobierer, Anfänger, sag ich mal, dann erstmal mit den recycelten Schraubgläsern anfängt und merkt, das ist nichts. Dann geht man einfach zum Glaskontainer und schmeißt den Krempel weg und ist fertig damit. Genau. Und ja, also das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Weg, also vom Einstieg, dann kann man zu den, ja man kann es ja sagen, Wegläsern ist zwar eine Marke, aber es gibt ja auch den anderen Begriff Einwecken, das kommt ja genau daher. Das ist wie bei Tempo, da hat man einfach keine andere Wahl. Ist man mittlerweile, auch wenn es vielleicht dann noch ein paar andere Hersteller gibt, ist das der Name so, der dafür steht. Und es kommt langsam auch wieder in Mode, also du sagtest ja eben, man bekommt jetzt irgendwie viel Bücher, aber dann sehr altmodische, beziehungsweise nicht die Themen, die dich interessieren. Aber ich habe den Eindruck, also dadurch, dass auch diese Weggläser durch diese nostalgische, diese nostalgischen Charme, den sie haben eben, weil viele sich vielleicht auch noch aus der Kindheit daran erinnern, hat das so ein bisschen, denke ich, Revival erlebt. Zumindest, dass man diese Gläser nutzt und dann ist der Schritt ja auch, wenn man sie jetzt irgendwie einfach um dekorativ irgendwas zu servieren, das machen ja einige dann auch in diesen Gläsern, dann ist der Schritt ja auch nicht mehr groß, dann mal zu überlegen, wofür benutzt man die denn eigentlich? Ja, ich habe ja auch die Gläser, die ich jetzt so habe, bis auf ein oder zwei, nicht einfach irgendwo im Haushaltswarengeschäft gekauft oder bestellt oder so. Da habe ich meistens Lebensmittel drin gekauft, ob es eine Kochwurst war oder tatsächlich Eintopf oder sowas, wo ich mir dann einfach gedacht habe, okay, der Eintopf ist teuer, aber du kannst das Glas noch mit gebrauchen. Und die Sachen, die da drin waren, waren zwar jetzt auch nicht gerade günstig dann insgesamt, aber sehr lecker. Also da habe ich mir einmal drei Gläser mit so einem Bärlauchgurken, also die waren auf und dann waren die leer. Und ich hatte wieder ein Glas. Klingt lecker. Oder ich habe das ganz oft gehabt mit diesen Bügelverschlussflaschen, also auch größere. Dann Olivenöl oder Apfelsaft oder sowas. Oder im Winter Glühwein kriegt man manchmal dann in diesen Flaschen. Und dann, wenn man diese Flaschen kauft, dann kosten die teilweise schon so viel wie das Getränk mit der Flasche zusammen. Also von daher kann man dann, ist das auch nochmal ein Trick, dann zumindest einmal nochmal einen Inhalt dazu zu bekommen und dann hat man auch eine schöne Flasche. Obwohl bei den Bügelflaschen, da bin ich ja ganz extrem. Ich habe ja dann, als ich das viel mit der Gemüsebrühe gemacht habe, da habe ich dann die Bügelflaschen genommen. Weil die Idee, Bügelflaschen zu nehmen, die hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas aus der Folge Pan 40 oder Pan 50 Hobbykoch Podcast. Da hast du irgendwie erwähnt, dass du so eine Brühe da irgendwie für eine Woche oder irgendwie sowas da in den Kühlschrank stellst und so. Und da habe ich gedacht, okay, die haben Gummidichtung, die kann man aber bestimmt im Einkochen nehmen. Und siehe da, es funktionierte und dann habe ich mir tatsächlich einen Kasten Brühe gemacht in Flensburger Flaschen. Ja, ist doch praktisch. Da gibt es auch ein Foto von. Sehr cool. Und dann habe ich teilweise auch gemacht, weil manchmal, wenn du jetzt auch irgendwie Gemüse anbrätst oder eine Soße machst und so, du brauchst ja keinen Liter oder so Brühe immer. Und wenn du dann so eine 0-3-Flasche hast, um gerade mal irgendwas anzugießen, ist das super. Und wenn du halt eine Suppe machen willst jetzt mit Nudeln und Gemüse und sowas drin, dann nimmst du halt zwei, drei. Das macht dann ja auch keinen Unterschied. Ja, und da habe ich halt jetzt auch gehört, wieder von verschiedenen Leuten als Reaktion auf meinen Einkoch-Himmel, dass man halt beim Kochen, dass man das ja eigentlich gar nicht unbedingt immer braucht. Wenn man dann mit Lauchmöhren und Sellerie sowieso schon arbeitet und so, dann muss man das nicht immer haben. Stimmt, ich benutze es auch nicht ständig, aber es ist echt schön, wenn man es da hat. Also da kann man echt viel mit machen und ich finde es halt einfach auch unter dem Aspekt, unter diesem Hobby-Aspekt halt sehr interessant. Mir macht sowas Spaß und dieses Rumprobieren und meine Neugier dafür, wie das früher alles so gemacht wurde. Und weil ich meine, Dosen warm machen, die ich gekauft habe, kann ich? So, ja, ist so. Für mich ist dieses Selbermachen, ich habe das und das selber gemacht, ist immer für mich ein ganz tolles Erlebnis. Selbst wenn es Sachen sind, die ich jetzt gar nicht groß für jemandem erzähle. Also wenn ich irgendwie was selber gemacht habe und habe dann hinter mein Werk vor mir, dann das ist immer eine ziemliche Befriedigung dann. Ja und ich finde es auch gar nicht mal so, also ich verstehe den Punkt eigentlich nicht der Leute, die dir das da gesagt haben. Denn erstmal, wenn du jetzt jedes Mal eine Brühe oder Suppe frisch kochen willst zu einem Gericht, das ist Zeit. Und wenn du sowas auf Vorrat hast, dann kannst du die Zeit halt anders investieren. Kannst vielleicht dann irgendwie das Gemüse schöner schneiden oder was weiß ich. Und also das Gefühl kenne ich auch, also wenn du sowas auf Vorrat mal machst und dann siehst, dann so ein Regal, wo dann die Flaschen oder Gläser dann gestapelt drinstehen. Das gibt einem eigentlich ein gutes Gefühl einfach. Du sagst also gar nicht mal so im Sinne von jetzt können schlechte Zeiten kommen und ich habe hier meine Vorräte, sondern einfach weiß ich nicht. Man hat so einen kleinen Schatz. Man hat das selber gemacht und man ist auch ein bisschen stolz, dass das ganz gut geklappt hat alles. Und man freut sich dann vor allen Dingen, wenn man dann mal so ein Glas aufmacht und es dann alles gut geklappt hat und die Sache gut schmeckt. Und ja, das ist halt vielleicht eine Sache, die auch nicht jeder nachvollziehen kann so. Nee, aber ich glaube dafür muss man, ja weiß ich nicht, dann einfach auch Spaß an der Sache haben und nicht nur Spaß am Kochen. Weil ich vergleiche das ja jetzt nicht damit, wenn ich mich am Wochenende irgendwie geplanterweise in die Küche stelle und mal was Neues ausprobiere oder so. Oder irgendwie wieder was ganz anderes dazulerne in Sachen kochen. Also mein Antrieb ist ja nicht irgendwie so wie die tollen Foodblogger da irgendwie tolle Sachen zu machen. Also ich meine jetzt hier so was, was so die Sterneküche nachahmt. So was Extravagantes dann. Ja, ich will es gar nicht. Ich gucke mir die Sachen gerne an und so. Also ich will das jetzt nicht schlecht machen. Nur in der Kategorie sehe ich mich nicht und da will ich auch gar nicht hin. So mich interessiert halt immer gerne, wie wird das und das gemacht, wenn es mich interessiert. Also wenn es mir schmeckt auch oder so. Und freue mich dann, wenn ich sowas dann auch mal selber machen kann. Und das werden halt ja hin und wieder auch mal kompliziertere Sachen. Und manchmal geht es auch um ganz einfache Sachen, die ich einfach nur noch nie probiert habe. Und wenn ich mich da am Wochenende hinstelle, natürlich möchte ich dann das eine oder das andere mal ganz frisch machen. Und dann stelle ich mich auch mal vier, fünf Stunden in die Küche. Das finde ich dann ganz toll und es entspannt mich. Aber ja, so im Alltag und mit Kindern oder so ist das halt nicht immer drin. Und vor allen Dingen, weil ich ja das Kochen mir auf die Art und Weise auch beigebracht habe selbst erst. Und auch immer noch weiter lerne. Ich kann ja noch gar nicht so viel. Nur das, was ich kann, sag ich mal, schmeckt auf jeden Fall den Leuten hier zu Hause. Und darauf kommt es an, ne? Ja, darauf kommt es an, ne? Also, ja, wie gesagt, um da jetzt nicht weiter drauf rumzureiten. Also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie demnächst ein eigenes Restaurant eröffnen oder so ein Kram. Ja, so, mich interessiert einfach auch, ob es jetzt handwerkliche Dinge sind oder halt. Mich interessiert halt oft, wie wird das und das gemacht? Und wenn ich es dann selber machen kann, dann finde ich das ganz toll. Da sind wir auf einer Wellenlänge. So ist es bei mir am meisten auch. Dann sehe ich irgendein Gericht oder ein Rezept oder sowas. Und da möchte ich dann auch wissen, wie sich das zusammensetzt und ob ich das auch hinkriege. Oder ob man dann, bei den asiatischen Gerichten hat man ja manchmal den Eindruck, da muss man irgendwie drei Jahre lang gelernt haben und in einem Kloster gelebt haben, um irgendwie zu lernen, wie man die Radieschen schnitzt, damit sie genau so schmecken. Aber meistens ist es dann ja doch nicht so wild. Aber vielleicht nochmal zurück oder ganz passend in die Richtung, dass du dann auch immer wieder neue Sachen siehst oder Pläne hast. Hast du schon Ideen, was du als nächstes jetzt zum Thema Einkochen, was du noch ausprobieren wollen würdest? Ja, also ganz oben auf der Liste steht, wie wir ja auch in meiner Sendung schon einmal besprochen haben, deshalb will ich es ja auch nicht ganz so sehr hier auswalzen, ist, dass ich da mal so eine Grundsoße, so eine Jus oder Glas halt gerne einkochen möchte. Da wird sogar empfohlen, sich sowas, wenn man es zu Hause macht, auf Vorrat zu machen, aber wird halt auch immer nur von Einfrieren gesprochen. Und ich denke mir einfach, wenn das mit dem Fond geht, dann wird so eine extrem konzentrierte Soße sich doch bestimmt auch einkochen lassen. Das will ich halt auf jeden Fall überprüfen, ob das so ist. Und vor allen Dingen dann auch über die Dauer dann mal gucken, verliert das oder kann man das halt lange so benutzen? Da will ich auf jeden Fall mit einsteigen, weil ich habe jetzt noch von meiner letzten, von der Sendung, wo ich diese Grundsoße gemacht habe, noch eingefroren ebenso Stücke. Aber wenn ich das aufgebraucht habe, dann werde ich auf jeden Fall auch mit experimentieren mit Gläschen. Ich habe auch gerade so kleine Einmachgläser mit Ring, die so 200 oder 150 Milliliter haben. Und das würde ja genau für so eine Soßenbasis reichen. Das sind dann so zwei, drei, vier Esslöffel. Und mehr braucht man ja auch gar nicht, wenn man so eine Soße anrührt. Eine andere Sache, die ich dann noch so als Idee im Hinterkopf habe, dreht sich auch um Soße. Und zwar habe ich bei der letzten oder bei den letzten Geflügelsoßen, die ich am Weihnachten gemacht habe, mich auch an diese Rezepte gehalten, bei denen man halt das Gemüse, was man halt ausgekocht hat, da so nochmal durch den Sieb passiert, beziehungsweise durch die Passiermühle oder Flotte Lotte dreht. Und da kommt ja dann so ein Zwiebel-Gemüse-Mousse unten raus, was dann die Soße auch nochmal ein bisschen andickt und was auch selbst eigentlich noch ziemlich intensiv schmeckt. Und die Soße ist auf jeden Fall jedes Mal bei meiner Familie eingeschlagen wie eine Bombe. Und da habe ich dann halt einfach gedacht, dass ich halt ein so gekochtes Gemüse, jetzt gar nicht in Form von so einer Soße, aber vielleicht einfach dann auch so ein Gemüse-Mousse halt auch mal irgendwie versuche, so herzustellen, dass man dann sagen kann, in ganz kleinen Mengen bevorratet, kann man das dann löffelweise auch mal irgendwo an eine Soße geben. Einfach nur mal, um zu gucken, ob es funktioniert, was bringt und ob es gut schmeckt. Dann wollte ich auf jeden Fall halt, das ist halt von Anfang an auch so geplant gewesen, gucken, dass ich irgendwie meine eigenen Fertiggerichte mache. Also komplett mit allem, mit Kartoffeln oder Nudeln? Jein, jein. Also so Teigwaren schon mal auf gar keinen Fall, aber die sind ja auch im Alltag zeitlich nicht das Problem, die dazu zu machen oder die dann, wenn es jetzt Suppennudeln sind, dann nochmal einzustreuen, wenn man es aufkocht. Das ist ja nicht das Problem. Ja, und du kannst bei den Dingern auch nicht vermeiden, dass sie dann über die Zeit sich so vollsaugen, dass es dann wirklich auch nicht appetitlich ist, die zu essen. Also bei Kartoffeln wird es, glaube ich, gehen, glaube ich. Aber wie du sagst, die Nudeln, das ist, also wer schon mal versucht hat, genau, wer schon mal versucht hat, Nudeln aus der Konservendose zu essen, ich habe es schon versucht. Ich kenne diese Konsistenz auch, also die bietet dem Biss eigentlich keinen Widerstand. Nee, also das ist, wenn man wirklich sehr hungrig ist und man hat nichts anderes, aber das ist so eine Sache, das ist selbst mir, ich bin da eigentlich, also so Dosen Ravioli ist so ein Ding, das kann ich essen, allerdings habe ich an Dosen Ravioli auch nicht die Erwartung, dass sie schmecken wie beim Italiener, sondern ich habe die Erwartung, dass sie schmecken wie Dosen Ravioli und ich finde den Geschmack je nach Marke gar nicht so schlimm, aber da kann ich das, die kenne ich dann ja auch nicht anders, aber so Spirelli-Nudeln aus der Konservendose in Soße ertränkt, das geht gar nicht. Nee, also dann erzähl doch mal, wie willst du die, was planst du bei deinen Fertiggerichten zu machen? Also was ich schon mal gemacht habe, ich muss jetzt mal einmal eben plöcken hier, ich habe nämlich Durst, kannst du später rausschneiden oder drin lassen, mach bitte Witz. Mal sehen, ob ich die Stelle wieder finde. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, was ich halt auch schon gemacht habe, ist so Eintöpfe oder so, die ich dann fertig gekocht habe, im Nachgang noch wieder einzukochen und dann so in so Portionen, dass ich dann halt so ein Glas mit zur Arbeit nehmen kann. Wir haben auf der Arbeit eine Mikrowelle, das war bei meiner letzten Arbeitsstelle auch schon so, dass ich da dann irgendwie dann mir so ein Eintopf dann warm machen kann. Das hat eigentlich auch nicht schlecht funktioniert, auch rein geschmacklich, aber auch da ist dann halt das Problem, die Konsistenz. Wenn das schon fertig gekocht ist und das wird dann halt nochmal eingekocht ist, dann verkocht vieles, was da drin ist. Ist bei so mehr oder weniger sämigen Eintöpfen teilweise nicht ganz so schlimm, aber so richtig toll ist das dann auch nicht. Ich werde es auch wieder machen, solange ich es noch nicht irgendwie besser hinkriege. Aber ja, jetzt geht es halt an die Sachen, wo ich dann versuchen will, so Einkochrezepte für mich zu entwickeln, bei denen ich die Sachen am Ende eigentlich wirklich im Glas erst fertig koche. Das ist dann reine Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Also, dass du sie dann so halbfertig kochst, dass sie dann beim Einkochen im Prinzip auf den Punkt garen. Genau. So, dass es dann im Nachhinein nur noch aufgewärmt werden muss. Ein Ding, was ich halt gerne auch ausprobieren möchte, sind zum Beispiel Königsberger Klopse nach dem Rezept von meiner Oma. Das ist halt nicht so mit Kapern und einfach nur so eine helle Soße, sondern das ist dann einfach, dass in der Soße da direkt in dem Wasser werden die Fleischklöße gekocht und dann wird das hinterher noch süß-sauer abgeschmeckt und mit Sahne versetzt und abgebunden und so und ist dann mehr so suppig. Und halt dann so lecker, dass ich das dann halt... Gerne opfob. Also, ich brauche den Rest. Ich brauche das Fleisch. Ich meine, natürlich esse ich gerne die Klopse und die Kartoffeln. Aber ich könnte auch einfach nur diese Soße, also diese Suppe trinken. Das ist so geil. Das ist schon ein gutes Zeichen. Ja, manchmal, es gibt so Sachen, da kann man sich, da möchte man die Beilage am liebsten weglassen und sich so davor legen. Naja, so ungefähr. Und da ist dann halt das Problem, wenn du so Hackkochfleisch, so Hackbällchen kochst, wenn das zu lange wird, dann zerfallen die ja völlig. Das heißt, wenn ich die fertig kochen würde, würde es halt nicht funktionieren. Also, da glaube ich zumindest nicht. Hast du da schon eine Idee, wie man das umgehen könnte? Ja, eins noch, ein anderes Problem ist, wenn man da jetzt Sahne rein tut schon und das dann einkocht, dann wird einem das hinterher gerinnen. Das ist halt auch eine Sache, die man nicht so einfach machen kann. Ah. Ja, also würde ich dann, was die Sahne angeht, die dann noch mit reingehört, die dann wahrscheinlich beim Einkochen weglassen. Ja, weil wenn man irgendwie, ich habe halt gelesen, bin da noch nicht so sehr weit, wenn man so mit Milchprodukten da noch irgendwie hantiert, dann muss man irgendwie unter Druck oder so, vielleicht kriegt man das im Schnellkochtopf selber hin, aber da gehen halt auch nicht viele Gläser rein. Da ist irgendwie, man braucht da glaube ich eine höhere Temperatur oder irgendwie, das ist also, da ist jetzt auch alles spekulatisiert, da möchte ich auf jeden Fall noch mich informieren und forschen. Aber sonst würdest du einfach die Soße so weit kochen, wo der Punkt einfach nur fehlt, wo du die Sahne reinschüttest. Genau. Und dann vielleicht auch nochmal abschmecken. Das ist ja dann auch nicht das Problem, weil eben hier das Salz süß-sauer abschmecken so, das wäre ja nicht das Problem. Ich würde dann sowieso oder mache das dann halt auch gerne, wenn ich irgendwie so Brühe oder so einkoche, dass ich die eher, sage ich mal, unterwürze, weil ich ja noch nicht unbedingt immer weiß, was ich als nächstes damit machen will. Und nicht, dass es dann irgendwie zu viel ist, wenn ich das irgendwo beikippe, was schon gesalzen ist, zum Beispiel, oder vielleicht auch was verlängern möchte oder so, dann weiß man das ja nicht. Und so würde ich halt dann bei diesen, ich nenne es mal Eintopf- oder Fertiggericht-Bausätzen, die ich da plane, halt auch handhaben. Dass man das halt am Ende, wenn man es halt da nochmal heiß macht oder fertig macht, dass man da dann auch nochmal abschmecken kann. Also, ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein komplett fertiges Produkt verkaufen will oder so. Aber dann würde ich dann halt zusehen, dass ich halt eine Fleischbrühe oder so in dem Dreh, wie diese, die normal auch gekocht wird, dass ich die halt schon vorbereite und dann halt zusehe, dass ich irgendwie die geformten, noch rohen Klopse dann in dem Glas fertig gekocht bekomme. Da müssen wir nochmal gucken, wie. Wenn du sagst, so auf der Arbeit, willst du ja auch nicht noch ein halbes Gewürzregal mitnehmen. Ja, also da scheiden die Klopse dann aus, aber das wäre ja nicht das Problem. Aber ich meine, bei den Eintöpfen, also da müsstest du höchstens Salz noch mitnehmen oder so. Das kann man ja auch machen, irgendwie noch ein... Habe ich sowieso da stehen. Ah, okay. Ja, kann man davon auswählen. Salz und Pfeffermühle da stehen. Also da habe ich immer alles, was ich brauche. Okay. Ja, dann ist ja keine Gefahr. Nee. Und das ist bei den Eintöpfen mit der Würzung auch nicht ganz so drastisch, wie wenn es jetzt dann halt so, ja, um so Bausätze geht, ne? Mhm. Aber auch da will ich dann halt gucken, dass ich, ja, das Gemüse oder so, oder dass ich halt versuchen will, die Sachen im Glas fertig zu kochen. Und das ist halt ein Problem, wenn man sich die Einkochzeiten anguckt, da hat man dann immer gerne irgendwie Tabellen mit Einkochzeiten für dieses Fleisch und jenes Gemüse und so weiter. Aber du hast das ja dann alles da drin in unterschiedlichen Größen teilweise. Und ja, da muss ich dann halt irgendwie herausfinden, ja, sag ich mal, was für Zeiten ich da wo brauche, damit es halt nicht verkocht, aber halt auch sämtliche Keime abgetötet sind und es halt auch gar ist, ne? Ja, spannend, spannend. Also ich bin wirklich neugierig, was du da ermittelst. Also die Sache mit den Eintöpfen. Vielleicht erzähle ich auch mal, also eine Sache habe ich schon vor einiger Zeit mal ausprobiert und zwar war das Kuchen im Glas. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe da auch eine Sendung dazu gemacht, weiß ich aber nicht mehr. Ja, hast du, glaube ich, ja. Und da habe ich allerdings nicht unter Extrembedingungen getestet, also jetzt mit sehr langer Aufbewahrung. Das war mir dann doch nicht ganz geheuer. Aber es hat auf jeden Fall nach zwei Wochen war es, glaube ich, noch gut geschmeckt. Du wolltest gerade noch was sagen? Nö, nö. Ach so. Ich wollte nur zustimmen. Ach so. Und eine Sache, die ich noch ausprobieren möchte, die in eine ähnliche Richtung geht, ist natürlich Brot im Glas zu backen. Auch das soll gut gehen und entsprechend haltbar sein. Wobei ich mir jetzt nicht sehr gut vorstellen kann, dass das jetzt ein knuspriges Bauernbrot ist, das dann da nach einer Zeit rauskommt, sondern wahrscheinlich eher so eine Art Vollkornbrot. Aber da habe ich jetzt aktuell gerade gar nicht recherchiert. Aber das wird auf jeden Fall dann auch noch irgendwann mal kommen. Richtig recherchiert habe ich auch nicht, aber ich habe da in meiner letzten Sendung auch noch mal von gesprochen. Und ich glaube, wir haben auch mal kurz darüber gesprochen, dass mich das auch mal interessieren würde, allein so der Vollständigkeit halber. Und weil ich für meine Sendung, als ich die Shownotes geschrieben habe, da noch mal geguckt habe, was ich da vor etlichen Wochen mal gelesen habe, dem Foto nach, das war schon irgendwie ein Weißbrot oder sowas, was die da gemacht haben. Also ich schicke dir den Link, wenn ich ihn gleich finde. Dann kannst du ihn ja vielleicht in deine Shownotes packen auch, wenn du magst. Ja, gerne. Oder einfach mal reingucken. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe den auch wieder nicht zu Ende gelesen, den Artikel, aber das Bild habe ich gesehen. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich meine, ich mag gerne normales Brot, aber rein als Gag würde ich das auf jeden Fall gerne auch mal ausprobieren. Und wenn du es ausprobierst, dann bin ich da auf jeden Fall, dann will ich auf jeden Fall hören, wie du es gemacht hast. Ja, klar. Und es gibt ja mehr als eine Brotsorte, da kann man sicher auch noch, dann können wir beide noch experimentieren und was rausfinden. Auf jeden Fall. Naja. Es steht auch nicht oben auf meiner Liste. Ja, und ich habe hier in der Nähe auch noch mehrere Landwirtschaftsbetriebe, also Gemüsebauern, die regelmäßig dann auch in großen Mengen, sowas wie Rote Beete, habe ich jetzt ja noch für Ewigkeiten, ich bin jetzt auch nicht so der Riesen-Rote-Bete-Esser, dass ich da jetzt jeden Tag ein Glas leer esse, aber sowas dann wie Karotten natürlich, sehr, sehr günstig in großen Mengen abgeben und das würde sich dann ja auch wieder anbieten. Das wäre ja so das Äquivalent zu wächst im eigenen Garten und wenn die Erntereif sind, hat man dann den ganzen Riesenkorb voll und da werde ich dann auch noch mal die Augen offen halten, ob es solche Angebote gibt und dann sehen, was da angestellt werden kann mit so. Ja, also gerade wenn man in der ersten Linie Kartoffeln und Karotten dann so hat und vielleicht noch da ein bisschen Sellerie so, dann kann man das, muss man das ja auch nicht im Klassischen einkochen, sondern kann man das ja gleich zu einer schönen Kartoffelsuppe verarbeiten und die dann einkochen. Ja, ich mag ja sowieso lieber so pürierte Suppen, also so stückige Eintöpfe, weiß ich nicht, habe ich keine Aktien drin, aber wenn das Ganze schön sämig und so durchpüriert ist, auch nicht jetzt zu Babybrei, also da können ruhig Stückchen drin sein, aber ich mag das halt gern, wenn das so ein bisschen cremig ist, das würde ich glaube ich dann auch mal vorbereiten und einkochen. Da gibt es auf jeden Fall eine Lösung für die Stückchen und zwar haben wir nämlich das jetzt ein paar Mal gemacht, habe ich ausprobiert, mein Sohn steht total drauf, ich habe halt ganz normale Kartoffelsuppe gekocht und die habe ich komplett durchpüriert, aber ich habe parallel in einem Topf so Rechenkästchen, große Kartoffelwürfelchen, sage ich mal so im Durchschnitt, mit ganz wenig Brühe, sie sind ja dann auch in Minuten gar, nach dem Pürieren hinterher wieder hinzugefügt und dann noch ein paar Heißhürstchen oder so und schon hatten wir Stückchen da drin, obwohl das alles super cremig war. Also da kann man ja dann tricksen und dann hinterher noch mal ein bisschen Gemüse reintun. Oder wenn man ein richtiges Leckermäulchen ist, ich hatte das jetzt im Herbst letzten Jahres mit einer Kürbissuppe, man kann diese Würfel natürlich auch in etwas Butter so ein bisschen anbraten. Dann hat man sowas wie Croutons, nur eben aus dem Gemüse, aus dem auch die Suppe gemacht ist. Man könnte ja bei Kartoffeln ginge das ja genauso, dass man dann so kleine Bratkartoffelwürfelchen macht und also bei so Rechenkästchengröße wüsste ich jetzt nicht, die würden wahrscheinlich dann beim Braten auch zerfallen. Also Festkochende, wenn man die nicht zu heiß und zu lange, dann dürfte auch das gehen. Und ansonsten würfelt man sie einfach ein bisschen größer. Oder so, ja. Ja, auf jeden Fall. Und naja gut, so gebratene Kartoffeln kann man natürlich dann, naja weiß ich nicht, kann man sowas einkochen? Müsste eigentlich auch gehen, ne? Schon, aber man hat dann gebratenen Kartoffelbrei wahrscheinlich, ne? Ja eben, also die werden wahrscheinlich dann nicht bissfest bleiben. Ne, das hat schon glaube ich auch echt seine Grenzen. Aber mal gucken, wo die sind. Ganz ähnliches Feld zum Einkochen ist ja das Sauer-Einlegen. Hast du da schon irgendwelche Pläne oder Ideen? Ne, ne, da habe ich mich, da ist nicht, dass mich das nicht interessiert, aber da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Also kann ich mir aber doch vorstellen, wenn wir hier, ja sei es auch, dass wir da keine großen Mengen selber machen, aber weil wir haben zwar einen verhältnismäßig großen Garten, aber so, dass wir da einen ganzen Acker reinpacken können, so groß ist der dann auch wieder nicht. Aber es ist schon viel Landwirtschaft drumherum und wenn ich dann da mal die Möglichkeit habe rauszufinden, wo dann vielleicht was ähnliches veranstaltet wird wie bei dir, dass man da auch so an größere Mengen kommt oder so, dann kann ich mir das schon vorstellen, da auch mal ein bisschen mit zu experimentieren. Ich habe jetzt gerade ein Experiment gemacht zum Sauer-Einlegen, da bei dem einen Supermarkt bei uns in der Nähe, da ist der, der hat im Prinzip so einen Gemüsewühltisch, also die Sachen, die jetzt nicht mehr ganz schön sind, also der hat da auch teilweise richtig, die legen da teilweise auch schon fast vergammelte Sachen hin, aber hin und wieder hat man Glück und dann ist da halt vielleicht einfach nur eine Druckstelle dran und die Sachen sind eigentlich noch knackig. Da hatte ich jetzt so lange, aber kleinere Rettiche verschiedene, also so rote und weiße, aber eben mehr in etwas größerer Karottengröße, nicht wie diese großen Rettiche. Und die habe ich jetzt mal sauer eingelegt und da habe ich jetzt natürlich auch schon eine probiert. Das ist glaube ich ganz cool, also so zum Abendbrot, also so wenn man sich ein Butterbrot macht, statt einer sauren Gurke, dann mal so ein eingelegtes Stück Rettich reintun. Kann ich mir doch vorstellen, ja. Ich habe dann noch... Ich habe sogar schon grünen Spargel eingelegt gesehen. Ich habe es auch mal probiert, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, ob es geschmeckt hat. Okay. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Es darf da nicht zu weich werden. Ich glaube, dann wird Spargel immer ein bisschen fies. Aber sonst ist halt auch ein Gemüse wie jedes andere auch. Also diese Rettiche waren so der erste Versuch und das scheint also ganz gut zu laufen. Da ist ein bisschen, um das gerade zu Ende zu erzählen, Koriander, Pfeffer, Salz und ein bisschen Honig drin. Also man kann natürlich auch Zucker nehmen, aber ich wollte das ganz fancy-schmancy machen. Und dadurch, dass das Schöne ist, also meine Tochter findet das auch unheimlich hübsch, obwohl sie jetzt auch, glaube ich, deswegen keinen Rettich essen würde. Aber dadurch, dass da ein roter Rettich dabei war, hat sich das Ganze so pink-rosa verfärbt. Es ist dann in den Sud eingezogen und mal sehen, wie die fertigen Scheiben nachher so aussehen. Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Also da könnte ich doch auch Spaß dran kriegen. Und auf jeden Fall, also du hast das eingangs erzählt, auf der Agenda stehen bei mir auf jeden Fall auch noch so Fleisch, eingemachte Fleischsachen. Das war alles aus einer Zeit, wo es jetzt irgendwie nicht so die Kühlung gab oder so, aber es gibt doch ein, zwei Sachen, so eingekochte Sachen, die ich auch aus der Kindheit noch kenne, wo ich gerne ausprobieren würde, ob ich das dann irgendwie so im Glas einkochen kann. Nein, es ist ja auch, man muss ja auch mal so sehen, sowas selbstgemachtes als Geschenk ist ja auch mal eine tolle Sache zwischendurch. Und das kann ja nicht nur, muss ja nicht nur Kuchen im Glas sein. Das kann ja vielleicht auch mal eine selbstgemachte Kochwurst sein. Weil wenn man das da selber macht, gibt es ja noch einen Vorteil, über den wir da gar nicht gesprochen. im Gegensatz dazu, dass irgendwelche anderen Leute in Konzernen dir dann sagen, wie die Wurst zu schmecken hat, da kannst du selber mit den Gewürzen experimentieren. Ja. Und kannst das nach deinem Geschmack machen. So, ich finde, das hat auch nochmal seinen Reiz. Genau, man macht dann erstmal vielleicht, also so mache ich es ja meistens auch, wenn ich was ausprobiere, einen relativ, einen relativ, sagen wir mal, vorsichtigen Ansatz, der so Grundkutaten enthält. Und wenn das vom Prinzip her funktioniert, dann kann man ja richtig durchdrehen. Und dann hat man vielleicht schon eine Idee, dann, was weiß ich, mit asiatischen oder südamerikanischen Würzungen dann da dran zu gehen. Und da kann man natürlich, gerade wenn man sowas wie Hackfleisch oder so dann einkocht, da ist das ja auch kein Kostenfaktor. Da kann man dann ja auch ein bisschen spielen mit den Zutaten. Genau. Weil so Sachen mag ich eigentlich recht gerne. Auch, ich meine, aber dafür muss ich irgendwie dann doch schon irgendwie so einen Biofleischer oder sowas finden. Bevor ich mich das traue, so Blutwurst oder sowas selber machen. Ja. Also wenn man jetzt selber nicht schlachtet oder so, dann muss man sich das Ganze irgendwo beim Metzger bestellen. Und das wird natürlich in der Fleischtheke im Supermarkt nicht funktionieren. Also da muss man schon irgendwo einen Metzger finden, der einem das dann auf Bestellung auch liefern kann und macht. Ja, das muss ja dann wirklich frisch sein. Da kannst du jetzt nicht eine Sache, die zwei, drei Tage gestanden hat, nehmen. Aber wo du es gerade sagst, ich habe jetzt neulich auch beim Stöbern ein Rezept für Leberwurst entdeckt. Und die Leberwurst hat ja ein sehr schlechtes Image, so irgendwie, also weil da irgendwie heißt es ja immer so Ausgefegtes aus der Metzgerei. Und wenn man dann die Zutaten selbst kontrollieren kann, dann kann man eben auch besseres Fleisch nehmen. Und das stelle ich mir auch ganz interessant von. Weil ich hin und wieder mag ich auch mal gern Leberwurst. Ja, ich auch. Und das mit dem Rezept, also das interessiert mich schon. Ich habe mit Sicherheit in den Büchern, die hier rumfliegen, habe auch Leberwurstrezepte. Aber naja, wie gesagt, ich habe das alles noch vor und das Jahr ist ja auch noch lang und danach kommt noch eins. Also das kriegen wir schon noch hin. Ja, eben, klar. Nee, und einen Punkt wollte ich noch sagen, wo du gerade sagtest, Vorteile mit den Zutaten. Man kann natürlich auch die Portionsgröße genau einstellen. Genau so wie wenn du jetzt, wenn du zur Arbeit fährst, weißt du ungefähr, kannst du zumindest einschätzen, wie viel Kohldampf du am Mittag hast. und da bestimmt dann eben auch kein Unternehmer, wie viel eine Portion ist, sodass du dann vielleicht eine Vier-Personen-Familien-Dose hast oder sowas oder dann eben eine Sache, wo du zwei dann warm machen musst. Da kannst du dir dann auch die Größe bestimmen. Oder wenn du dann halt sowas wie so eine Kochwurst hast, dann kannst du halt kleine Gläschen machen, weil man hat vielleicht dann irgendwie mal Appetit drauf, aber möchte dann auch nicht eine ganze Woche dran essen. Und dann macht man sich so kleine Gläschen. Genau. Dann auch nochmal schön. Ich habe das auch bei den Soßen gerne gemacht. Das ist immer so zwei kleine Gläschen, irgendwie sowas, weiß ich, Babybrei-Gläschen-Größe oder so. Weil wenn es dann mal was gibt, was der Kleine bei uns nicht mag oder so, dass man eben alternativ einfach eben eine Handvoll Nudeln mit Soße anbieten kann. Da habe ich dann so ganz kleine Gläschen von irgendwas aufgehoben. Und ich sehe dann immer zu, wenn ich dann halt die großen Gläser einkoche, dass ich auch immer irgendwie so zwei, drei von den kleinen habe. Wenn am Ende ich irgendwie, was weiß ich, fünf, sechs große Gläser hatte und ich benutze das letzte und dann sind die kleinen noch übrig, ja, dann tue ich die beim letzten Mal, wenn ich das mache, noch mit dabei und befülle die dann später wieder neu. Aber so habe ich dann immer irgendwie nochmal so einen Notnagel, wenn meine Frau lange arbeiten muss und der Kleine irgendwie ins Bett muss, noch was zu essen kriegen soll und Brot halt jetzt keine Lust auf Brot hat oder so, dann kann ich innerhalb von Minuten eben eben halt ein paar Nudeln mit Soße machen und dann halt mit der eigenen Soße. Das ist halt schon was anderes. Wenn ich in dem Moment dann so ein gekauftes Glas Soße, wo es auch echt wenig Gutes gibt, so nach meinem Geschmack, verwende, das ist ja viel zu groß für so ein kleines Kind. Und dann hast du das offen und wenn du das nicht in den nächsten paar Tagen verwendest, dann schmeißt du es weg. Ja, geht mir auch leider so und meistens kocht man ja dann eben nicht eine Portion oder anderthalb oder drei oder vier. Und mein Gefrierfach ist zwar jetzt mittlerweile größer, also ich habe jetzt halt so einen halben Gefrierschrank, aber der hat halt auch nur begrenzt Kapazität. Ich habe mittlerweile zwei Gefrierschränke. Zwei kleine, aber zwei. Man sammelt dann ja auch irgendwie. Und von daher also das mit dem Einkochen werde ich auf jeden Fall, ich überlege gerade, wo du, du bist ja dann jetzt der Spezialist, auch dann mit den Soßen, machst du dann auch so indische Sachen, also so Curry kann ich mir super vorstellen, dass man das... Kann ich mir super vorstellen, aber selbst, was das selber Kochen angeht, bin ich da in die indischen Sachen noch nicht so eingedrungen. Ich habe eine Currysoße, die meine Tante heiß eingefüllt hat und anscheinend so heiß, dass der Deckel immer noch nicht plöppt. Wo ich, die habe ich irgendwann vor meinem Umzug, also vor etwas über einem Jahr geschenkt bekommen, bin ich dazu gekommen, die zu probieren. Aber die steht noch, da rum. Aber so ein gelbes Curry. Das wird wohl gehen. Nee, das war in dem Fall so eine rote Currysoße. Das war kein gelbes Curry. Also das wäre dann auch so, also um man von diesen Fleischigen, sowas wie Gulasch und Bolognese, gibt es sicher noch ganz, ganz viele andere Varianten, was man so machen kann. Ja, wobei Gulasch auch wieder eine gewisse Schwierigkeit birgt. Also Bolognese kann man, das sei mal dahingesagt, genauso wie eine einfache Tomatensauce. Da kann man unbedenklich einfach das Ganze fertig kochen und hinterher einkochen. Meiner Meinung nach verliert das dabei nicht viel. Also in Bolognese-Soße, das Fleisch ist eh klein und verkocht oder so. Da kann man nicht mehr viel kaputt machen. Und das passiert auch nicht. Also gerade bei der Bolognese-Soße habe ich es halt sehr oft gemacht. Bei Gulasch gibt es halt ein Problem. Wenn das schon fertig eingekocht ist, vor allen Dingen, weil ich es auch gerne entweder sehr lange schmore oder im Schnellkochtopf mache, dann ist das Bindegewebe schon vorm Einkochen hinüber. Und wenn man das Ganze dann auch noch einkocht über längere Zeit, dann ja nochmal wieder erhitzt und das ja da drin auch nochmal unter Druck steht, dann hat man so eine Art Pulled Pork in Soße. Das ist dann von der Konsistenz her, es schmeckt zwar noch, aber das ist dann einfach kein Gulasch mehr. Also das wäre halt auch so ein Kandidat, wo ich sagen würde, ich würde das versuchen, in der Zubereitung irgendwie so zu splitten, dass halt, sag ich mal, der letzte Rest oder das Fleisch komplett halt im Glas fertig gekocht wird, wenn ich das mache. Also Gulasch auch nochmal in die Forschungsabteilung. Genau. Nein, also es funktioniert. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt auch gar nicht so lange aufbewahren will, kann man ja immer noch mit dem Heiß einfüllen und so, da kommt man ja trotzdem über ein, zwei Wochen. Also dann verkocht es einem ja auch nicht, weil es ja nicht mehr weitergekocht wird. Aber wo du das gerade sagst, Pulled Pork ist zwar jetzt ein bisschen schon wieder aus der Mode, alle sagen wieder Gähn, vor einem halben Jahr war es noch der heiße Scheiß. Ja, ja. Aber das könnte man, das könnte man ja im Prinzip dann auch direkt so im Einmachglas und dann eben ein bisschen länger garen und dann hat man es im Prinzip schon fertig und konserviert. Ja, das Problem mit dem Pulled Pork ist ja, da ist ja eigentlich nicht das Auseinanderzupfen das Tolle, sondern dass das Ganze ja auch noch aus dem Smoker kommt. Ja, okay. Das ist dann, also selbst wenn du die Einmachgläser in den Smoker stellst, der Rauch wird nicht durchdringen. Da müsste man, ja gut, da ist Glas halt, das ist das Gute und das Schlechte bei einem Glas. Genau. Das lässt halt nichts durch. Wobei Räuchern, bei der Gestelle, nur mal so eingeschoben, also Smoken und so, klar, aber so Räuchern, auch eine Sache ist, die mich sehr interessieren würde und wo ich vielleicht dann auch mal irgendwo noch ein paar Experimente machen möchte. Da werde ich wahrscheinlich im Sommer auch mit anfangen. Ich habe ja schon, ich habe mir ja schon einen Grill gekauft, beziehungsweise eine Grilltonne, wo das mit geht. Also ganz viele Spoiler in dieser Sendung auch, dass ich jetzt so demnächst mal kommen könnte. Aber macht ja nichts. Gibt ja auch solche geräucherten Sachen und solche gibt es ja dann auch tausend unterschiedliche Rezepte. Und ja, das ist auf jeden Fall, also da gibt es noch genug Pläne. Ja, genauso wie mit dem Wursten. Selber Wursten war ja auch mal der heiße Scheiß, redet jetzt auch nicht mehr so viel. Mal sehen, in der Grill-Saison vielleicht. Interessiert mich aber auch immer noch sehr. Und damit meine ich dann halt nicht nur die Eingekochte, sondern vielleicht dann auch wirklich mal irgendwo so hier so Darm und dann durch einen Fleischwolf dann mit so einer Tülle das Ganze befüllen. Und da habe ich eine Sache, da habe ich so eine Idee gehabt, mal irgendwann, als ich Frühlingsrollen gemacht habe. Da möchte ich mal wissen, was du davon hältst. Wir waren von den Frühlingsrollen, das war so mit Garnelen auch, die Füllung. So, wir waren da so begeistert von, dass ich irgendwann auf einmal gesagt habe, okay, das in den Darm füllen und dann auf den Grill. Wird ein bisschen zu wenig Fett haben. Die Garnelen sind ja reines Proteins. Das ist ja, glaube ich, Hack und Garnelen. Also es ist ja so ein Gemisch. Ja, also wenn das, wie manche asiatische Zubereitung, kannst du das mit fettem Schweinefleisch oder Mett mischen. Das geht auf jeden Fall. Das gibt es ja in verschiedenen asiatischen Speisen auch schon so. Das müsste eigentlich dann auch gut als Wurst gehen. Also das war auf jeden Fall war drin, ich weiß nicht mehr alles, auf jeden Fall war drin als klein gehackte Garnelen. Es war Hack drin und es waren auch hier diese, wie heißen die, die Pilze. Mua. Genau, die. Diese schwarzen, oder auf Deutsch Judas Ohr. Ja, die man so einweicht, dann da die getrocknen hat. Genau, die dann so ledrig, labbrig aussehen. Das kam alles durch einen Wolf und dann wurde die Masse halt in diese Frühlingsrollen gefüllt. Das war sehr, sehr lecker. Also gab es auch noch Gewürze zu. Ich glaube, das war auch aus diesem Chinesisch Kochen von Ken Humbuch. Ah, ja, das habe ich ja auch hier. Da war, glaube ich, das Rezept raus von den Frühlingsrollen. Aha. Und da habe ich dann so gedacht, dass daraus, selbst wenn es dann zu wenig Fett ist, man kann ja dann noch ein bisschen das Ganze zur Wurst umfunktionieren. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, das klingt auf jeden Fall lecker. Ja, also das kann man sicher machen. Ja, Ideen über Ideen. Und jetzt muss man die noch umsetzen. Ja, aber heute nicht mehr. Nee, auf jeden Fall nicht. Okay, Dennis. Am Wochenende. Ja, am Wochenende, genau. Ist ja auch schon wieder nah. Genau. Da wird auf jeden Fall wieder Soße eingekocht. Weil, wie ich erwähnt habe, vorhin ist alle. Okay, hast du also schon, musst du noch groß einkaufen und dann geht's los am Wochenende. Genau. Fleisch, Tomatenkrempel und machen wieder Bolognese auf Vorrat. Das ist halt auch noch so ein Ding. Also man hat ja die Arbeit, dann einmal konzentriert man sich die so und dann nimmt man sich vielleicht mal einen Tag am Wochenende oder wenn man ganz verwegen ist, vielleicht zwei. und haut mal richtig rein in der Küche und macht mal direkt eine ganze Menge so auf Vorrat und schon kann man sich ganz auf den Lieferdienst sparen. Ja, und es ist vor allen Dingen schön, wenn man mit der ganzen Familie, also mit Kindern geht das ja auch, die können dann vielleicht irgendwas rühren oder so. Und wenn man jetzt jetzt irgendwie nicht Frau und Kinder hat, dann mit Freunden, kann man mal ein Event draus machen und dann macht man irgendwie mal groß saure Gurken ein und am Ende nimmt jeder ein paar Gläser mit. Also das kann man auch durchaus schön gestalten. Also es klingt jetzt immer, hat oder klingt teilweise immer so nach Mühe und Arbeit und man quält sich dann einmal und dann hat man erst mal wieder Ruhe. Aber man kann das ja auch ganz schön und harmonisch und ganz nett gestalten. Und ja, dann hat man auch noch Spaß dabei, während man das macht. Ja, und die Qual ist, glaube ich, auch nicht so groß, wie man sich die vorstellt, wenn man das sich anhört, weil oft ist es ja so, je nachdem, was für Mengen man macht. Aber wenn du für eine Mahlzeit Bolognese-Soße kochst, unterscheidet sich der Aufwand, wenn du dann gleich für zwei- oder dreimalzeiten Bolognese-Soße kochst, nicht so sehr, wie wenn du das wirklich dreimal passend zu dem Zeitpunkt machst. Also du hast dann eigentlich nur geringfügig mehr Zeitaufwand, wenn du einmal mehr machst und das dann hinter noch in die Gläser, das meistens davon ist ja Wartezeit bei der Einkocherei. Genau, ja. Und so, das ist vom Aufwand her gar nicht so schlimm, wie die meisten sich das vorstellen auf jeden Fall. In diesem Sinne, Dennis, ich danke dir für das Gespräch. Und nichts zu danken, hat wieder Spaß gemacht. Ja, gerne wieder. Und wir werden also wahrscheinlich dann demnächst mal uns wieder unterhalten und uns berichten, was wir so erreicht haben mit unseren Experimenten und Forschungen. Und bis dahin danke ich natürlich den Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.